Ja, hallo zusammen, bevor unsere DFB-Frauen am Sonntag hoffentlich nach den Kronjuwelen greifen. Beginnt der FC Bayern die Saison mit dem Supercup. Morgen war RB Leipzig Fokalsieger. Kein überlegtes Statement. Kam nicht so gut an, okay. Kann ja nochmal beginnen, oder? Dann kürzen wir es ab. Schön, dass alle dabei sind. Willkommen zur Medienrunde. Willkommen zur Medienrunde.